Moin Leute, ich geh grad zu meinem neuen Hostel, und zwar das Bank Backpackers, und ja, ich bin schon ein Fuchs, ne? Ich hab das Pettibott in meinem Backpack geschnallt und zieh das jetzt wie so ein Hund hinterher. Clever. So ein Penny Board ist schon Gold wert in Australien, muss ich echt sagen. Ich bin im neuen Hostel angekommen, aber mit dem Rest in allen Proben ist es ganz okay, aber ich geh durch. Und jetzt erkunde ich hier mal den Block, was hier alles so gibt in der Umgebung. Ich bin hier in Chinatown gelandet. Habt ihr schon mal ein Burger King gesehen, wo direkt bei euren Augen die Burger zubereitet werden? Liegt nicht, aber auch hier zum ersten Mal. In Chinatown ist ja auch nichts los. Tolerose. Die Peter-Parts-Mitarbeiter sitzen im Büro und gucken Facebook, ey. Naja, wenn keiner hingeht, hat man ja nichts zu tun, ne? Dann muss man Facebooken. Wir haben Viertel vor drei und da pennt einfach mal knallhart jemand. Ich bin auf der anderen Seite vom Stadtzentrum und Southbank, also die Lagune ist jetzt weiter weg von mir. Aber ich nehme einfach die Fährschiffe, die bringen mich dahin. Irgendwie war das jetzt ein Fail. Ich muss da runter. Ich muss da runter. Und hier geht es aber nur geradeaus weiter. So eine Scheiße, ey. Ich habe jetzt doch etwas länger gebraucht als geplant, aber Hauptsache ich bin da jetzt. Und die Sonne geht weg. Das ist ja toll. Das ist ja toll. So, jetzt bin ich zum Bus gejumped. Und natürlich Bus verpasst. Ich muss eine Stunde warten, bis der nächste Bus kommt. Scheiße. Ist ja mal wieder typisch. Jetzt hat der Bus Verspätung und eine Stunde davor ist er genau auf die Mew da abgefahren. Und von hier oben hat man halt einen Blick über die ganze Stadt. Mehr kann man hier oben nicht machen, nur dieser Aussichtspunkt. Und hier gibt es noch so ein Restaurant. Da kaufe ich mir gerade ein Eis oder so, denke ich. Und dann fahre ich wieder runter. Jetzt gönne ich mir so ein schönes Kadalippo. 2,70 Dollar. Bei uns kriegt man das nachgeworfen für ein paar Cent, glaube ich. Das ist übrigens mein neues Hostel. Mit dieser Aussicht. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen, meine Freunde zu grüßen. Und zwar haben wir eine Facebook-Gruppe, die heißt Moneyboy69. Und zwar grüße ich den Carsten Stey, den Dennis Out, den Kevin Schrimpf, den Konstantin Heil, den Leon Möller, den Luis Out, den Lukas Gärtner, den Marius Schmidt und den Marvin Stey. Macht schöne Schleich, Jungs. Haut rein. So, ich geh jetzt auf ein Konzert. Vorher geh ich noch zu Dominos was essen und dann geht's los. Musik Ich bin zurück vom Konzert. Ich glaube, ich habe einen Hörsturz. Überall pinken die Ohren, ey. Jetzt muss ich schlafen gehen. Morgen geht um 10.55 Uhr mein Flieger. Also gute Nacht. Post-Modget.